Ich kann das nicht lesen, die Blottenfilm hat irgendwas geschrieben, wir sollten lieber... Ein Interview, ein Interview machen zum letzten, zum neuen Studium, Album, alles ist erlaubt. Tolle Fragen, in welche Richtung geht es? Was weiß ich, Norden, Süden, Osten, Westen, was dürfen eure Fans und Freunde zum Abschied erwarten? Ich glaube, jetzt gibt es Geschenke oder was, nichts gibt es, ein Album gibt es, es geht natürlich in die Richtung... Das Schärfte, es ist das Schärfte, das was gut begann, soll würdig enden, das haben wir uns zum Prinzip gemacht und ein unglaubliches Werk abgeliefert, behaupte ich jetzt einmal. Nein, ist es, ist es, ist es, aber ich glaube, Chili ist scharf, das Album ist schärfer. Hm, es ist toll. Was wir drauf sind, welche Themen haben wir uns vorgenommen? Aus der Nase haben wir uns jetzt gezogen, die Themen liegen bekanntlich auf der Straße, in der Politik, im Osten, im Westen, im Süden auch, sogar im Norden liegt Politik. Und wir haben uns dieser dunklen Welt doch gewidmet. Thomas hat wieder tolle Texte geschrieben. Ich bin verliebt, bin aber er hat schon weim. Also er hat eigentlich, ich muss das jetzt einmal sagen, ich bin ja eine faule Sau. Richtig, ich muss da jetzt bestätigen, sehr richtig, danke Klaus. Er hat schwerst gearbeitet, gut, er kassiert ja auch, aber er kann es ja auch nicht, ich kann es ja gar nicht, ich kann was anderes, verstehst? Es gibt Auto, es gibt Auto, da gibt es, ich bin die Radl, den Rest baut er. Das Reserverad, würde ich behaupten, arbeitet nicht. Gut, also, es wird unterhaltsam werden, wie immer, und es wird aber auch sehr kritisch, sehr kritisch, sehr kritisch, sehr kritisch. Es gibt schon Kommentare zum Weltgeschehen, in der heutigen Zeit kannst du nicht einfach von, kannst schon auch von Liebe, Liebe ist immer aktuell, aber es ist nicht unser Thema. Und wenn es unser Thema ist, reden wir nicht drüber. Also wir reden über die Sachen, die in der Welt passieren, die die Welt beschäftigen und die die Welt zur Zeit ein bisschen aus der Balance bringen. Weil, wenn man es ja wahnsinnig ist, was du dir überlegst, der King Jong-un, vor drei Monaten war der noch ein Verbrecher, ein Diktator, der seinen Wort geknechtet hat, dann kommt der Trump. Er ist geadelt worden durch den großen Meister des Friedens. Sagt er, mein Gott, der hat mit 620 übernehmen müssen, die Regierung hat übernehmen müssen und dann seinen Staat gleich so strafführen. Ich weiß nicht, die zwei sollten wir zusammensperren, zwei Monate lang. Aber mit Kamera, Big Brother, das wäre was, das wäre ein Container. Das ist ein Problem. Ein Container, mit solchen, auf alle Fälle, alle möglichen Themen, die kritisch sind, also haben wir kritisch beleuchtet und, ja, man kann nicht immer was reden, was keiner kennt, hört es euch an. Warte mal, es ist eine lustige Frage, Frau. Auch die spaßige Seite ist seit 40 Jahren Bestandteil der FAV. Ja, besser hätte ich es nicht formulieren können. Auf was dürfen sich denn die Fans freuen? Ja. Das weiß ich nicht, was sie die Fans freuen. Die sollen sich freuen, auf was sie sich freuen wollen. Aber auf die Platten können sie sich auf alle Fälle freuen. Aber es ist auch die eine oder andere lustige, ja, eine spaßige Nummer drauf, wo wir trotzdem kritisch sind. Es gibt eine Kurznummer von 23 Sekunden, die ist unglaublich spaßig. Also die, die Politik nicht melden oder irgendwelche kritischen Texte, nur für euch haben wir die 23 Sekunden während die Spaßnummer gemacht. Ja, aber Moment. Wir haben es so gemacht. Wir haben es so gemacht. Wir haben es so ein Fazit. Ich mache es auch. Ja, was ist nur aus der schönen Flödelkampung geworden? Gibt es da noch eine Frage? Nein, es ist keine Frage. Wie ist heute das Album angegangen? Das kann sogar ich lesen. Besonders fett. Stammen die Songs komplett aus der Feder von damals? Ja, wir sind es angegangen. Ja, und es stammt alles aus seiner Feder. Wobei, ich sage mal, er benutzt keine. Richtig. Ja, er schreibt es in den Computer. Ich übe jetzt einfach auf der Computer. Ja, er sagt es in den Computer. Er sagt ja da mit der Zeit, nicht so. Federn lässt man in der Zwischenzeit. Aber auch ohne Zähne beißen wir hin und wieder noch angemessen zu. Eine gute Frage ist, wo ist euer Album überall aufgenommen worden? Überall ist hauptsächlich in Kenia. Das ist seit 23 Jahren bereits so, aber es sollte sich auch herumsprecken. Nein, es ist zu schön. Es ist schön dort und deswegen haben wir gesagt, wir scheißen ins Paradies und arbeiten auch dort. Viele Alben sind dort aufgenommen worden und dieses auch. Thomas hat sich das zwei Jahre lang aus dem Kreuz gedrückt, hat sich aus der Nase gezogen, hat den Hirn zermatert, hat wirklich ein tolles Album gemacht, entworfen. Wir haben es dann aufgenommen in Kenia. Jetzt könnten wir gleich vielleicht einen Kameraschwenk machen, weil wir sitzen jetzt nämlich im Studio von Fritz Jere, der vier Monate, vier Monate, wir wollten ihn vier Monate in Kenia ausbeuten. Vier Monate war er dort, wie lange hat er gearbeitet? Der hat glaube ich, er hat eineinhalb Monate gearbeitet. Nein, nein, er ist jetzt gerade nicht da, jetzt könnt ihr ein bisschen übereinhalten. Nein, er ist dort, wo er immer ist, nämlich nicht da. Deswegen war er ja vier Monate durch. Aber auf jeden Fall, wir müssen auch ein kleines Dankeschön sagen, jetzt sind wir gerade in den allerletzten Entfertigungsphasen. Wehen, 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 es sind wehen. In der Geburt kommen die wehen. Man muss aber schon sagen, er hat uns ertragen, wir haben ihn getragen, also das war eine gute Zeit. Ja, gibt es einen Lieblingssang? Ich meine, das ganze Album ist ein Lieblingssang, weil das letzte Kind, jedes Kind liebt man, wenn es auf die Welt kommt. Wie es sich später auswächst, wissen wir nicht. Aber mein Lieblingssang wäre, rechts zwei, drei, vier, der sich so mit dem Migrations-, mit dem Flüchtlingsstrom beschäftigt und der europäischen Reaktion darauf, die ja schon eigenartig ist. Natürlich ist das ein Problem, das diskutiert werden muss. Aber die Reaktionen und die politischen Entwicklungen, die das ausgelöst hat, hu 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 hu. Abschied, 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 natürlich ist es der Abschied, aber ein Abschied ist dann, das ist ein Abschied. Dann geht man hinaus. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht irgendwann einmal wieder hereinkommen kann, also geschluckt, kurz. Inklarniert. Nein, aber ich meine, es ist schon, also während, das ist schon so, es ist, es ist jetzt schon einmal so. Man muss wissen, man muss gehen, man muss wissen, man muss gehen, ja. Und, 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 es ist, wir brauchen auch irgendwie, was ich, der Thomas bereitet eine Ausstellung vor, eh zur gleichen Zeit. Und, ähm, wir brauchen, wir brauchen ein bisschen Auszeit und, und falls es uns wieder juckt, werden wir uns kratzen. Unsere Pläne für danach, unsere Pläne für danach, für danach, für danach, für danach, für danach, für danach. Ich glaube nicht. Für danach, wenn ich gestorben bin, habe ich keine Pläne mehr, also, danach ist für mich, wenn ich... Na doch, also, wenn es ein Danach gibt, dann hoffe ich doch, dass die da stehen mit Plänen. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht blöd, stirb und dann geht's, jetzt, na. Aber was ist, wenn nichts ist? Danach. Wir brauchen keinen Plan, brauchen wir keinen Plan. Nein, Pläne danach ist, es gibt, ich habe etliches zu tun im Privatbereich und, 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 und möchte mir ähnlich auch vielleicht ein Heisel bauen in Afrika. Das Schöne ist, alles wird alles Zeit und dann möchte ich mich vielleicht dem einen oder anderen Projekt auch widmen, das mich interessiert. Vielleicht machen wir mal zusammen was. Das wird, 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 das wird mal was neu. Das ist ja auch, das ist ja wahnsinnig. Das ist ja auch. Wir legen uns zusammen in die Zone. Jetzt überall erhältlich und ab 2019 auf große Abschiedstour.